Die Monster leben schon seit Ewigkeiten mit dem Menschen zusammen. Aber es gibt nur wenige, die sie auch sehen. Ich habe so sehr versucht, normal zu wirken. Andere Leute fangen Diebe, ich eben Monster. Solange du am Leben bist, bringst du nichts als Zerstörung. Du bist durch das Schicksal auserwählt worden. Ich werde dich beschützen.